Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Episode handelt von Aktivitäten, die man im Sommer machen kann. Im Sommer in Deutschland. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn jetzt abonnieren könntest. Du würdest mich und meine Arbeit dabei sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt geht's los mit der Episode. Episode 109. Freizeitaktivitäten im Sommer. Im Sommer gehen viele Deutsche gerne baden und schwimmen. Sie besuchen oft Freibäder, Badeseen oder fahren an die Küste. Besonders an heißen Tagen sind diese Orte sehr beliebt, da man sich dort im Wasser abkühlen kann. Die Ostsee und die Nordsee sind beliebte Reiseziele für Familien und Freunde. Hier kann man nicht nur schwimmen, sondern auch Strandspiele spielen oder lange Spaziergänge am Meer unternehmen. An vielen Seen und Stränden gibt es zudem die Möglichkeit, Tretboote oder Stand-up-Puddleboards zu mieten. Aktivitäten wie Schnorcheln und Tauchen werden auch immer beliebter, denn sie bieten die Möglichkeit, die faszinierende Unterwasserwelt zu entdecken. Viele Deutsche nutzen die Sommerzeit auch, um in Urlaub zu fahren und neue Badeorte zu erkunden. Wandern und Radfahren sind sehr beliebte Freizeitaktivitäten im Sommer. Viele Deutsche lieben es, die Natur zu erkunden und dabei aktiv zu sein. Deutschland hat eine Vielzahl von Wanderwegen, die durch wunderschöne Landschaften führen. Besonders die Alpen und Mittelgebirge wie der Harz oder der Schwarzwald sind beliebte Wanderregionen. Hier gibt es gut markierte Wege für Anfänger und erfahrene Wanderer. Beim Wandern kann man die frische Luft genießen, Tiere beobachten und sich an der Schönheit der Natur erfreuen. Auch das Radfahren erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt viele gut ausgebaute Radwege, die oft abseits der Straßen verlaufen und durch malerische Dörfer und Städte führen. Radfahren ist nicht nur eine gesunde Aktivität, sondern auch eine umweltfreundliche Art, die Umgebung zu erkunden. Ein weiteres Highlight im Sommer ist das Grillen und Picknicken. Familien und Freunde treffen sich oft in Parks oder in ihren Gärten, um gemeinsam zu essen und eine gute Zeit zu verbringen. Beim Grillen werden Würstchen, Fleisch und Gemüse auf den Grill gelegt und es entstehen köstliche Düfte. Dazu gibt es oft Salate, Brot und kühle Getränke. Ein Picknick im Grünen ist eine tolle Gelegenheit, das Wetter zu genießen und gemeinsam zu lachen und zu plaudern. Viele Deutsche nehmen Decken, Snacks und Spiele mit, um den Tag im Freien so angenehm wie möglich zu gestalten. Grillen und Picknicken sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen und sich zu entspannen. Im Sommer finden in Deutschland viele Feste und Festivals statt. Es gibt Stadtfeste und Musikfestivals. Bei diesen Veranstaltungen können die Menschen tanzen, Musik hören und leckeres Essen probieren. Stadtfeste bieten oft ein buntes Programm mit Livemusik, Aufführungen und Ständen, an denen man regionale Spezialitäten kaufen kann. Musikfestivals ziehen oft junge Leute an, die ihre Lieblingsbands und Künstler live erleben möchten. Und du, welche Freizeitaktivitäten magst du am liebsten? Schreibe es mir unbedingt in die Kommentare! Neue Vokabeln Die Küste The coast Sich abkühlen To cool off Etwas unternehmen To do something Erfahrene Wanderer Experienced hikers Abseits der Straßen Off the beaten track Umweltfreundlich Environmentally friendly Grillen Barbecue Köstliche Düfte Delicious flavors Würstchen Würstchen Sausages Sausages Kontakte pflegen Kontakte pflegen Socializing Stände Stände Stalls 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 So, das war es mit der heutigen Podcast Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.